Wir wollten eigentlich zu Fürstchen Masako reiten, aber ich habe hier ein Lager entdeckt. Ein Lager mit Gegner. Die Antwort lautet ja. Was habt ihr erwartet, dass das hier verfeit wird? Boah, wie viel der ausgeheilert hat. Sonst noch jemand? Da oben. Das sieht hier nach aus, als ob hier irgendwas wäre. Was habt ihr hier? Pfeile. Kann ich gebrochen. Artefakt der Mongolen. 1 von 50, also Sammelobjekte. Tada, noch keiner da. Okay, Kunai ist voll. Carsten Stahl haben wir. Das tun wir aber in seinen Brief, Carsten, rein. Weiter geht's. Vielleicht finden wir noch unterwegs ein paar wunderschöne Gegner, die wir jetzt metzeln können. Was denn? Ach, da. Wo denn? Da. Na? Malpferd? Ihr seid aber keine Mongolen. Seid's. Wenn ihr Mongolen seid. Nein, ihr seid keine Mongolen. Besser ist das aber für euch. Alter, jetzt haben wir nicht nur die Mongolen, sondern auch irgendwelche Diebe. Die mein Pferdi wehgetan haben. Was haben wir da? Mein Pferdi. Hey, Pferdi. Alles ist gut. Die bösen Männer sind weg. Ich hab die alle geschlagen. Nur für dich. Karge. Mein Schattenpferd. Alles ist gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Wird zum Glück nicht irgendwie gehäutet oder sowas. Also keine sinnlose Animation. Ich dachte schon. Ich dachte wirklich, jetzt kommt so irgendwie so ein Schlag. Du bist weg. Ich geb dir deinen Header. Er ist weg. Oh nein. Du erwartest so richtig so. Jetzt passiert was Episches. Aber jetzt passiert was Episches. Oh. Okay. Zu viel Red Dead Redemption gespielt. Ich dachte, ich könnte die auch irgendwie halten oder sowas. War wohl nichts. Das Gute ist, wenn wir einmal in dieser Stadt gewesen sind, dann können wir eine Schnellreise machen. Und müssen nicht mehr hin und her reiten. Weil wir müssen noch zu unserem Meister des Bogenschießens. Habt ihr auf mich gewartet? Mann. Warum seid ihr mal alleine? Ich brauche Gegner. Ich brauche keine Opferhalter. So macht das doch keinen Spaß, Mann. Sagte er und kriegt gleich eine unbezwingbare Aufgabe, die er niemals lösen wird. Der Yankee mit 2E-Unit 91. Zum Beispiel kommen hier runter, ohne runter zu fallen. Ah, bist runter gesprungen. Oder fliegst du, wenn ich nicht gucke? Bist du ein kleiner Pegasus? Ups. Sorry, Karge. Das war nicht so gewollt. Hier sieht alles noch intakt aus. Obwohl, nee. Hier sieht nicht alles okay aus. Oi. Schottomatte. Das war so klar, dass das kommen musste, weißt du? Gerade noch große Fresse gehabt. Sollen die doch alle kommen. Und dann sowas. Der Überraschungseffekt ist weg. Das ist doch hier drin kämpfen, hör mal. Niemand will eure Blamage sehen. Das ist doch draußen kämpfen, ich sehe nichts. Wer oder was wart ihr? Verbesserung für Sakai-Katana. Wir müssen einen Schmied besuchen. Hier wird doch eh schon gekämpft. Was passiert denn, wenn wir ein bisschen noch was zerstören? Wir müssen unbedingt mal einen Schmied besuchen. Ich möchte wirklich herausfinden, was das alles bringt. Was ist das hier? Die Stelle, ja. Ist doch klar, dass die Stelle leer sind. Die Stelle sind die Stelle. Ich habe eine Spur. Wir sind hier abgedriftet, schön eine Abkürzung geholt. Achso, Pferd untersuchen natürlich. Okay. Was ist denn hier? Der Herr Kanzler ist in der Tatort. Wir müssen die Handeln. Ich bin der Herr Kanzler. Sie sind der Kanzler. Der Herr Kanzler. Der Herr Kanzler ist jetzt vorbei. Der Herr Kanzler hat sich in die Hand genommen. Ich bin der Herr Kanzler. Ich bin der Herr Kanzler. Warum ist das für mich? Das wird sich in die Handeln. Ich werde nicht mehr schmerzen. Ich muss mich. Ich werde nicht mehr schmerzen. Ich bin der Herr Kanzler. Ich weiß auch, dass die Schmerzen der Erkrankung der Erkrankung ist. Ich weiß auch, dass ich die Schmerzen der Erkrankung des Zoll. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Gehen Sie. Gehen Sie! Ja, Fürsten. Hi. Hier sind Sie. Erinnert mich an Ace-kun. Der ist in One Piece gestorben. Nein. Das heißt, du bist ganz alleine. Wie ich. Ich habe nur meinen Onkel. Entschuldigung. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich habe nur einen. Ich bin ein. Ich bin ein. Ein schöner, schöner Tempel. Ja, ja, weil sie eine Witwe ist und ganz allein ist, will sie nicht jetzt hier in den Tempel gehen, wo wahrscheinlich die ganzen Männer schon auf die warten. Und Frauen. Sorry, musste getestet werden. Was ist? Das ist der Mensch. Junge, das kannst du den ganzen Tag machen. Guck dich mal bitte um. Das ist doch... Sinnlos. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das war's? Das war's? Das war's. 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 Johann. Das war nichts. Das ist kein Schl�� Das ist ja so. Okay wir müssen Vorräte kaufen. Können wir aber nicht. Schade. Irgendwie sehen wir jetzt aus wie so ne Möchte gern Samurai Version von Vegeta. Achso, deswegen wollte sie nicht mitkommen. Ich habe mich so um, als Sie in der Mitte, die ich mich an den Mann sagte. Sie haben mir gesagt, dass Sie diese Frage beherren? Ja, aber ich bin mir gefragt. Sie sind seit einem Jahr in die Jahrzehnte, Sie wurden zu einem Spanien aus der Frühstück von der Chuukkuh. Ich habe diese Wüste noch nicht vorgegangen. Aber ich habe meine Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon-Kulakon. Das war's für heute. Na, Sogen? Bist du der Verräter? Hm, warum rennt denn ein Mönch? Was hast du zu verbergen? Niemand hat dich gesehen, niemand hat dich gehört Hi Ich bin kein Ninja Aber wenn es sein muss, werde ich auch zum Ninja Hauptsache sie sehen uns nicht Nichts Geh weiter Nur Rehe, wer hätte das gedacht? 100 Rehe an dir vorbeigelaufen Oh, es sind nur Rehe Bring mich zu deinem Piraten, Schatz Ach nee, falsches Spiel Ich glaube, es ist wichtig, dass wir genügend Rohstoffe einsammeln Während wir auch mal so nebenbei Missionen machen Beziehungsweise nebenbei Rohstoffe einnehmen Weil Missionen sind Hier ist nix Nein, nein, er sieht mich nicht Das Problem ist, ich sehe ihn auch nicht Das war's Das war's Ich hab mein Ziel alarmiert Aber ihr habt gesehen, ich hab die Fähigkeit eingesetzt Zu sehen, ob da irgendjemand in der Nähe ist Und da wurde mir nichts angezeigt Super Super duper Ich frage es jetzt, wer hat Schuld Das Spiel oder ich Hier, diese Fähigkeit Hab ich gerade eingesetzt Das war so wie so ein GTA Das war so ein GTA-Moment, was wir gerade hier erlebt haben Aber dieses Mal scheint alles okay zu sein Ja gut, schön, dass das alles dieses Mal besser funktioniert Vielleicht haben wir uns jetzt gerade auch ein bisschen angestellt Das könnte natürlich gut sein, aber Ich gebe lieber das Spielschuld, als zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe Ich bin ein Samurai Ein Samurai macht keine Fehler Die Fehler machen den Samurai Was? Okay Jetzt gibt's ein Gemetzel Zu zweit sind wir besser Rache Endlich wird man ordentlich hier gekämpft Hier Ich hab den Header gegeben Das ist ja schon alles Sogen Darf ich Sogen ist besogen Oh ja Tim Mongol Tim Mongol Ich habe mich unter anderem Ich habe noch nicht Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich werde keine Ahnung, ich werde zum Beispiel Wenn du dich in den Geheimnis bist, dann kannst du dich nicht töten. Was ist das Wörter? Was ist das Wörter? Wörter! 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 Das ist das Wörter. Also ich würde ein bisschen chillen. Weißt du was das interessant ist? Wir sehen, dass sehr viele Samurai und sowas ihre Coolness total verloren. Hm, Namen, Sogen, Mai, Omura, ja, eine Schriftrolle mit Namen, wer sind sie, wo sind sie, was machen sie? Ich bin sicher, dass diese Schriftgeist ist, dass sie diese Schriftgeist ist. Was sie, was sie? Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht. Ich bin nicht verletzt. Wenn ich die Schriftgeist bin, dann wird das nicht so, was ich nicht. Das war's für heute. Und noch eine Verbündete ist auf unserer Seite, Fürstin Masako, allein, aber trotzdem brutal, trotz ihres hohen Alters, die Legende wächst, die Hoffnung der Menschen, maximale Gesundheit erhöht und was haben wir hier, Schwarzpulverbombe, L1R2 Achso, wir können uns jetzt aussuchen, was wir wollen, ne? Rauchbombe, Haftbombe, Windglocke, was ist eine Windglocke? Achso, lenkt die Leute ab, Haftbombe, GTA-Style, ich glaube wir nehmen die Haftbombe, ich nehme die Haftbombe Ein zusätzliches Kunai werfen, Ach guck mal, hier hatten wir auch noch was, was wir hätten verbessern können Ist doch gut, Mensch Gut, dann wissen wir das, also Da können wir auch noch einiges verbessern Dann Danke Vielen Dank.